Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Tobsen. Die Runde hat schon angefangen, willkommen zu einer neuen Folge Slyther.io. Da würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an und die Server sind irgendwie wieder verdammt ausgelastet. Es laggt einfach wie Sau. Ihr seht es auch, der reagiert einfach nicht richtig. Ich hoffe, wir kriegen heute trotzdem was gesche... Wow. Boah, der reagiert ja mal überhaupt nicht viel. Kriegen wir heute überhaupt was geschafft? Das ist ja unmöglich zu spielen. Wow. Was geht denn hier ab? Und da sind wir gestorben. So, wir probieren's nochmal. Aber es laggt immer noch ohne Ende. Liegt das an meinem Rechner? Was ist denn heute los? Ich wollte Wormy es aufnehmen. Da hat's gelaggt. Ich nehm das gerade auf, es laggt. Ich hab die Bio aufgenommen, es laggt. Irgendwie will mein Rechner heute laggen. So, da haben wir wenigstens mal was eingesammelt. Aber wir werden hier wohl leider nix so wirklich reißen können. So, wir sammeln mal ein paar Punkte mehr ein. Äh, auch gut. Weil ich die Maus wegnehme, ne? Jetzt klappt es. Es lag zwar noch ein bisschen, aber es klappt jetzt. Irgendein Defekt war mit der Links- und Rechts-Taste, weil ich die eben kurz benutzt hab. Okay. Okay, okay, okay. Okay, dann können wir ja mal jetzt richtig anfangen hier. So. Da, da sind noch ein paar Punkte. Wir gehen jetzt erst mal in Richtung Mitte. Wir gehen erst mal in Richtung Mitte. So. Da sind noch ein paar Punkte. Boah, warum fährt der nicht in uns rein? Den hätten wir eigentlich locker schaffen können. Juhu. So haben wir immerhin mal einen gekehlt heute hier. Aber irgendein Problem ist immer noch mit dem Internet. Ob es am Internet liegt, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Also wenn ihr vielleicht eine Idee habt, ich habe keine, woran es liegt. Oh. Auffassen. Auffassen. Weiter auffassen. Und. Scheiße. Da konnten wir einfach nicht raus. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir spielen einfach mal auf High-Quality und dann kommt natürlich erst mal das Video, was keins ist. So. Einfach mal reinboxen da. Einfach mal reinboxen. Und. Kennt ihr schon meine neue Cap? Freestyle-Mode? Habe ich der selbst designt? Vielleicht gefällt es euch, ja? Ja. So. Irgendwie klappt das jetzt auf der Einstellung besser. Oder unterstützen die einfach nicht mehr die Low-Quality, was am Anfang ja immer ein Vorteil war beim Aufnahmen, weil es dann weniger gelegt hat. Aber das läuft auf jeden Fall jetzt besser. So, dann sammeln wir mal die Punkte hier ein. So, dann geht es da weiter. Wow, da sind Punkte, da sind Punkte ohne Ende. Da konnten wir wenigstens wieder ein bisschen was einsammeln. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wow, da haben wir ganz viele Punkte. Sind Platz 31? Nice. Auf jeden Fall nice. So, dann sammeln wir mal weiter ein. So, sammeln die Punkte nur einen hier. La, 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 la. Und er holt uns. Dann lief es einmal gut und er holt uns. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch trotzdem, Lex, am Anfang gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da wenn nicht einen Daumen nach unten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Wenn nicht, dann eben nicht. So, ich habe heute mega gute Laune, trotzdem Probleme hier bei den Aufnahmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Tobsen, haut rein, Leute. Und tschüss.